So Leute, willkommen zu einem kleinen Info-Video von mir, den Chaos Hero 44. Im Info-Video werde ich euch erzählen, was ich in der Zukunft geplant habe, wie mein Upload-Plan ist und wie es auf diesem Kanal weitergehen soll. Nebenbei ist im Hintergrund One Piece Pirate War WS3. Und zum Upload-Plan, jeden Montag um 16 Uhr kommt ein Gaming-Video. Da kommt nix. Mittwoch 16 Uhr wieder ein Gaming-Video. Donnerstag kommt kein Video, da kommt 18 Uhr abends ein Livestream auf meinen YouTube-Kanal. Freitag 16 Uhr kommt dann ein Gaming-Video, Samstag nix. Und Sonntag 18 Uhr wieder auf diesem Kanal. Chaos Hero 44, einen Livestream. So soll der Upload-Plan sein. Wegen den Streams weiß ich nicht ganz genau, ich versuche immer zwei die Woche zu machen. Auf jeden Fall drei Videos sollen mindestens die Woche kommen. Und was ich in der Zukunft geplant habe, das hier soll trotzdem ein Gaming-Kanal bleiben. Kein Theo... Sorry Leute, ich bin ein bisschen verfreit. Kein... ...Theorien-Kanal. Aber es werden wahrscheinlich in Zukunft... ...Aber sorry Leute, es sollen in Zukunft auf jeden Fall Videos kommen. In der Richtung Theorie, aber halt trotzdem bleibt das alles ein Gaming-Kanal. Hier werde ich hauptsächlich Minecraft, Pirate Warriors 3 und Pirate Warriors 4 und GTA 3. Und sonst kommt in der Zukunft noch was mit... ...Den lieben... ...Makong... 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 ...Makongo... ...TV... ...Und den lieben... ...Und den lieben... ...Und den lieben... ...Cypher Pro X... ...und den lieben Skypie und Xenox Theorie... ...wird wahrscheinlich was kommen. Auf jeden Fall hätte ich Bock drauf mit den Jungs was zu machen. ...Und sind auch alle... ...Infern netten Menschen. Ich könnte mir... ...mehr vorstellen so... ...dass man... ...hier mehr was zusammen macht. Und... ...ja, das war's eigentlich mit meinem Video. Ich bleib das hauptsächlich im Gaming-Kanal. Hier wird auch noch Gaming kommen. Und ab und zu halt bloß man... ...Äh... ...Theorie... ...Videos und... ...Sonst nochmal riesengroßen Dank... ...an euch... ...für die... ...Mega-Resonanz auf dem letzten Video. Ich hab... ...jeden Kommentar hab ich mich... ...gefreut... ...un jeden Like... ...und jeden Abo... ...ich hoffe das bleibt so... ...ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß... ...mehr... ...bei diesen Projekten zuzuschauen... ...generell auf diesem Kanal... ...und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder... ...Haut der Wins... ...Bis Dank... ...Und Ciao... ...Leute... ... Machina...